Was ist in deiner Tasche? Ganz normale Sachen. Mein deutscher Reisepass. Das bin ich, da habe ich keinen Hasch geraucht an dem Tag. Was raucht ihr da in dem Video eigentlich? Ähm, äh, das ist so wie Shisha, aber... Aber im Video habt ihr gekifft. Wie bitte? Das ist ja, ähm... Seid ihr von der Polizei? Bist du verkabelt? Nein. Schwör? Tetris ist cool. Kennt ihr Tetris? Ja, mein Opa spielt das. Hammer Typ. Dein Opa ist ein gemachter Mann, wenn er Tetris gut kann. Lehrerin heißt Frau Dr. Schuster. Oh, schön. Was reimt sich darauf? Scharmuta. Wie bitte? Super.